Moin, hier sind wir wieder von POC Fitness und wir wollen euch heute mal ein Bauchworkout vorstellen was recht kurz ist, aber ziemlich, ziemlich intensiv ist ein bisschen Tabata ähnlich und eigentlich High Intensity mit großem Volumen also viele Wiederholungen macht euch auf was gefasst stellt es euch vor und zwar fangen wir an mit Criss-Crosses genau, das war das Wort, was ich gesucht habe und zwar machen wir jetzt 30 Criss-Crosses aber nicht einfach normale sowieso so Lappen Criss-Crosses sondern eine, ne, zwei Sekunden Ellenbogen gegen Knie pressen also eins, zwei eins, zwei eins, zwei so es waren jetzt zwei Uhr zwanzig ich habe nicht genau mitgezählt, rund zwanzig sag mal korrigiert mich, wenn ihr es dann seht aber ist ja egal jederfalls nächste Übung sind Toe-Touches auch englisch oder einfach rumheben kenn ich mal den Namen also das Wichtige dabei ist ihr guckt nach hinten und nicht auf eure Zähne weil sonst benutzt ihr den Kopf als Schwungmasse sozusagen und trainiert nicht so sehr eure Bauchmuskeln es geht hauptsächlich auf die oberen Bauchmuskeln während Criss-Crosses auf die schrägen Bauchmuskeln gehen also könnten wir das ich bisschen einfacher machen wollen natürlich 10 nach hinten anwinkeln aber wir sind ja nicht auch im Ponyhof deswegen nach hinten gucken und komplett nur aus dem Bauch auch 30 Wiederholungen eigentlich macht man das auch im 30 nur wir wollen das Video nicht so in die Länge ziehen jetzt geht es wieder zu den Criss-Crosses um alle Bauchmuskelbereiche und zusätzlich die schrägen Bauchmuskeln zu trainieren und wieder zwei Sekunden jede Wiederholung halten zwei vier fünf ich mach jetzt mal bitte schneller drei sieben 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 als nächstes ich kenn die so eine Art ich nenn's einfach mal Kerze machen wir jetzt und zwar Zehenspitzen zeigen Richtung Decke Richtung Himmel und dann einfach den Intern nach oben drücken quasi wenn hier oben Gewicht ausgestreckten Beinen so hoch werfen wolltet und halt nicht die Beine dabei anwinkeln dürftet müsste das ja komplett aus dem Bauchmuskel kommen weil die ziehen sich dann so zusammen und drücken es hoch das auch 30 Mal dann wenn man es richtig macht obwohl wenn jetzt ein Anfänger zuguckt der denkt sich dann natürlich 30 Mal what wollt ihr uns umbringen nein müsst ihr nicht machen wir können das ja auf euch abstimmen so viel wie ihr schafft weil insgesamt wenn das so 90 Kriss-Kross ist das ist schon ne Hausnummer und ihr könnt das dann ja von nach und nach steigern vielleicht kommt der auch über 30 ja 40 50 rum pro Übung wir lassen jetzt zwischen keiner Übung wirklich ne Pause höchstens zu 10 Sekunden um sich einfach zu lockern dann ist er schon ziemlich heftig so als nächstes nochmal Criss-Krosses also machen wir jetzt ist das dritte Set Criss-Krosses ja 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 wichtig hierbei auch immer die Beine nie auf dem Boden liegen sondern immer in der Luft halten damit die Muskeln auf Spannung bleiben danke danke ich kann grad nicht so gut drehen versteh ich gar nicht Philipp stellt sich wieder an ja tut mir leid Leute ich bin nicht so in Form heute dafür gehts nochmal 10 Straf-Kross ich hab wohl schon krasses Back-Workout gemacht und voll ein bisschen Push mit Olli ja und als letztes machen wir nochmal ne Übung für die unteren Bauchmuskeln die geht wie folgt ihr presst eure Unterschenkel an die Oberschenkel und Zehenspitze ein bisschen nach unten sobald ihr den Boden leicht merkt nur ganz leicht zieht ihr die Knie auf eure Brust richtig mit Strom kurz halten und wieder runter das brennt richtig nach 5-6 der Wiederholung erst aber das ist eine gute Alternative zu den normalen Deck-Races wobei sich viele den Rücken kaputt machen weil sobald sie ungefähr bei 45 Grad kommen wirds richtig schwierig für die Bauchmuskeln vor allem für die unteren die verhindern dass ihr nur ein Hohlkreuz macht aber wenn ihr das normal macht und noch keinen ordentlichen unteren Bauchmuskeln habt geht dann übelst ins Hohlkreuz so ich jetzt auch weil ich hier schon ein paar mehr Übungen hinter mir habe und deswegen nach den ganzen Übungen lieber die entschärfte Version machen und mit seinen gepressten Beinen dann auf die Brust ziehen den Schwung allerdings aus den Bauchmuskeln holen und nicht die Beine einfach nach hinten werfen ja deswegen sollte er am besten richtig schön die Spannung mal unter den Oberschenkel halten weil dann kann ja nichts hier so mäßig kommen das hört sich scheiße an ich weiß ich weiß Philipp am Quiffen ja und zuletzt noch ein paar statische Übungen und zwar dann 30 Sekunden einfach ein Zeitplank auf Englisch ich kenne gar keinen deutschen Begriff dafür also wenn es jemand weiß schreibt es mal in die Kommentare wie der deutsche Begriff diese Übung ist ich habe keine Ahnung beziehungsweise wenn ihr dann weniger Wiederholung jeweils gemacht habt dann könnt ihr auch die Sekunden an die Wiederholung anpassen genau also 20 Sekunden in dem Fall jetzt für heute mal für die Mädchen unter uns so ist es für die Ponyhof leben und nicht in Ollis Knochenmülle trainieren wichtig ist auch dass der Körper relativ eine gerade Linie bildet und den Arsch nicht zu hoch hebt und auch nicht hier so machen wieder vier wir hatten eben vier Übungen davon alle dreimal jetzt machen wir aber jede statische Übung auch nur einmal und zwar ist einfach Füße vorne hochheben und Arme verstrecken lassen könnt ihr auch so machen könnt ihr auch so machen je nachdem wie es euch genehm ist aber das Wichtige ist dass die Beine durchgestreckt sind weil dann brennt ihr es richtig wenn ihr jetzt so macht ist es viel einfacher also ich denke mal das sollten so langsam auch 20 Sekunden sein ja und dann zu guter Letzt noch ein bestimmten oder Plank stützt euch einfach auf euren Ellenbogen auf eure Unterarme und geht sozusagen in die liegschutzähnliche Position hier wieder genauso Arsch nicht zu weit hochstrecken sonst wird es zu einfach habe ich jetzt eine Arschstrahlung ne ist okay du hast ja auch leichte Vorbelastung wenn es euch zu einfacher ist schnallt euch einen Rucksack mit Gewichten auf den Rücken ja aber dann pass auf dass er nicht den Rücken so durchhinkt sonst macht euch wieder die Lendenwirbel kaputt aber ich bezweifle auch dass das zu einfach wird nach der ganzen Übung jo so das sieht jetzt wahrscheinlich auch alles leichter aus als es eigentlich ist ja wir hatten ja schon ein Workout hinter uns ne und normalerweise wenn wir das dann machen ähm als direkt direkt als Workout richtig intensiv dann machen wir auch manchmal äh 33 ähm wiederholung Kriss-Crosses genau dass wir insgesamt beim letzten dann 34 so dass wir 100 Kriss-Crosses gemacht haben und dann hängen wir am Ende noch Mountain Clampers dran mit Halte Zeit die letzten 10 dann wieder also machen 20 Mountain Clampers ich mache jetzt 10 10 so und dann die letzten 10 mit einer Haltesekunde 3 4 5 6 7 8 9 10 jo und das war unser auch Muskeltraining was so was wir so als Routine nutzen und wir haben jetzt in unserer Zeit seitdem wir das machen haben wir eigentlich ganz gute Gangster mit gehabt und wir hoffen wir haben eine Anregung für euch für euren Zuschauer und vielen Dank fürs Zuschauen und die Tücher und die Tücher und die Tücher